Spiel mal den Burger-Pommes-Song? Okay. Schau mal, das am Mikrofon ist Maile Romani. 69% der Deutschen essen wöchentlich einen Burger. Daher jetzt mein Tipp an diese Leute. Wenn ihr euch das nächste Mal einen Burger reinpfeift, dann packt doch einfach noch ein paar Pommes dazwischen, weil... Burger-Pommes auf die Eile, packt die Pommes in den Burger rein. McDonalds wie zu jeder Zeit.